Angesichts der eskalierenden Corona-Lage hilft die Bundeswehr erstmals bei der überregionalen Verlegung von Intensivpatienten in Deutschland. Ein speziell für medizinische Evakuierungen ausgerüstetes Transportflugzeug vom Typ Airbus 310 der Bundeswehr transportiert Corona-Patienten vom bayerischen Memmingen zum Flughafen Münster-Osnabrück in Nordrhein-Westfalen. Die Bundesländer hatten wegen zunehmender Überlastung von Kliniken jüngst das sogenannte Kleeblatt-Konzept aktiviert. Der bereits in einer früheren Phase der Corona-Pandemie entwickelte Notfallplan sieht eine strategische Patientenverlegung zwischen Krankenhäusern in verschiedenen Landesteilen vor, wobei diese jeweils zu Kleeblättern zusammengefasst sind. Die besonders von der vierten Corona-Welle betroffenen Länder im Süden und Südosten setzten das Konzept kürzlich in Kraft. Seitdem läuft die bundesweite Verlegung von Intensivpatienten langsam an. Die Bundeswehrmaschine hat sechs Intensivbehandlungsplätze an Bord. Laut Verteidigungsministerium sollen auch sechs Patienten transportiert werden.